Ihr wolltet, dass ich The Heart of the Fall anschaue. Ein neuer Western auf Netflix. Das kann ja gut werden. Hm, not so much. Damit können wir eigentlich auch schon wieder schließen. Das ist einfach eine neue Kategorie Western. Wir kennen ja Spaghetti Western, Clint Eastwood, Dollar Trilogie. Geil, also... Gut, ich hab's jetzt vor ein paar Jahren gesehen, wieder mal, aber... Also auf jeden Fall, The Good, The Bad and The Ugly, geile Western. Dann gibt's Joe diese lachhaften Bud Spencer, Terrence Hill und so weiter, aber okay. Dann gibt's Winnetou, kein Western. Kei... kein...astersball Theater, oder? Pierre Priest, caswall Theater. Und jetzt werden wahrscheinlich wieder die bösen Kommentare kommen. Kein Western für mich. Und dann gibt es noch diese Ronald Reagan Western. Für mich eigentlich eine eigene Kategorie, also von der Art, was man zu erwarten hat. Für mich primär sind Clint Eastwood Western, die Western, die zählen und dann gibt es natürlich noch Once Upon a Time in the West. Wer ist jetzt auf Deutsch? Spielen wir das Lied vom Tod, der eigentlich auch diesen typischen Sound hat, den man immer mit zweiglorreiche Halunken verwechselt. So, und was haben wir jetzt hier? Hier haben wir einen Playmobil Western. Der ist auf jeder Ebene Plastik. Plastik zu nichts zu gebrauchen, langgezogen und ohne Spannung. Um was geht's? Ja, wir müssen kurz den Elefanten im Raum adressieren, obwohl es eigentlich in positiven Sinne keine Rolle spielt. Der ganze Cast ist Black. Schwarz. Okay. I don't care. Handlung. Ich mag, ja, Idris Elba und Delroy Lindo. So die teilweise männlichen Hauptpersonen. Idris Elba braucht man nichts drüber reden und Delroy Lindo kenne ich aus The Good Fight. Also als ich die zwei Xenen habe, habe ich gedacht, Gott, das wird was. Passt. Also, wenn sie so gecastet wurden, wie sie eigentlich auch sonst agieren, das wird eine geile Show. Und dann denkt man, ach, cool. Und eigentlich haben sie es mir dann schon ziemlich am Anfang etwas vergeigt. Es war ja noch im Vorspann. Dieses Ding, wenn der Film mal kurz hängen bleibt und so weiter, das sind so diese ganz typischen Anspielungen auf Tarantino und Rodriguez. Okay. Hommage, Anspruch, witzig oder nicht witzig. Ich wusste am Anfang gar nichts drüber. Ich würde es mal definieren als Anspruch. Und es ist nicht allein Tarantino, wenn man zwischendurch mal ein paar unerwartete Bretter-Effekte reinmacht. Das sind auch die schlechten Tarantinos. Es gibt, ja, es gibt welche. Das bringt es nicht. Und das kommt mir gerade so vor, wie wenn das so auf der Checkliste der Drehbuchautoren ist. Was macht man denn? Netflix, Miniline Investor. Und ich habe jetzt die Geschichte von dem ganzen Gelumpse da nicht recherchiert. Also wir brauchen erst einmal Charakterschauspieler, die das können. Haben sie auch geschafft. Dann brauchen wir, oh, was ist modern? Also jetzt ist mal richtig drunter geflogen. Was ist denn modern? Ja, so ein bisschen Gesplatter ist schon cool. Weil dann treffen sich nachher die Jungs auf dem Schulhof und sagen, boah, hast du das gesehen? Wie geil da der Arm wegflogen ist. Boah. Kommt jetzt so oft vor, aber. Ich habe aber Tarantino nicht verstanden. In my humble opinion, funktioniert Tarantino dann, wenn du den Film auf zwei Ebenen gut findest. Wenn er eine kritische Ebene hat, vielleicht sogar auf drei Ebenen, eine inszenierte Ebene, wo man sich sagt, boah, also dieser Schwertkampf, der ist inszeniert wie bla 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 und hat auch von der Martial-Arts-Seite her was. Und dann ist natürlich viel Blut übertrieben, Blut, aber auch schon so übertrieben, dass man eigentlich drüber lachen kann. Und drüber ist dann eben vielleicht noch eine andere, wo man sagt, also moralisch hebt ihr da auch den Zeigefinger. Ja, hier heben sie vielleicht ab und zu die Waffe und lauern zwischendurch langweiliges, blödsinniges Zeug. Aber auch das ist nicht ganz das Problem. Okay, ich muss jetzt gestehen, ich habe ihn nur in Hadi gesehen, aber auf einem großen Bildschirm. Und warum will ich jetzt darauf raus? Viele Szenen, die schreien dir richtig in die Fresse, Studium. Also mindestens die erste Hälfte, die ich gesehen habe, da denke ich mir, wow, habt ihr gerade Staub gewischt? Oder das Etablissement, das sieht aus wie das von dem Lucifer, also von der Serie Lucifer. Ja, das soll witzig sein, oder? Das soll auch witzig sein, wenn der eine Gangster, wir sind jetzt im gelben Spoiler-Bereich, fangt es jetzt an wegzugehen. Also der Film ist blöd. Ich werde euch nicht wirklich viel vom Film verraten, aber ein paar Sachen, also wir sind jetzt im gelben Spoiler-Bereich fertig. Also wenn der eine Gangstelle im Zug aus Juma, ha, 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 Todeszug aus Juma, okay. Aber die Geschichte mit dem Safe da, das war schon... Also irgendwie habe ich an Doctor Who denken müssen, das hat überhaupt nicht gepasst. Ich mag auch so Western, die in Richtung Steampunk gehen. Überhaupt nicht. Geht überhaupt nicht. Das ist... Ja, Will Smith hat da mal so einen Versuch, über den wir nicht reden wollen, gemacht. Der Western hört auch dann auch gleich an der Stelle wieder auf. Aber warum ich den als Playmobil-Western bezeichne, ist, das ist alles super poliert, alles. Die Städte, die sehen aus wie... Ja, das ist das übliche Netflix-Farbschema. Das ist wie eine Postkarte. Fast jedes Bild da ist eine Postkarte. Und ich habe wirklich mal aufgepasst und geguckt, ist da irgendwo Dreck? Also tut mir leid. Jetzt schaut es euch mal für eine Handvoll Dollar an. Gott, der ist fertige Verhältnisse, wirklich ein bisschen langsam. Aber du siehst den Dreck, du spürst den Dreck richtig aus dem Bildschirm. Du möchtest danach Staub wischen, nach diesem Film. Nach dem Western hier. Da denkt ihr euch, poh, saubere Geschichte. Da könnte man eigentlich in Urlaub hinfahren, in diesen wilden Westen. Oder fängt er vielleicht hinter Hamburg an, ich weiß es nicht. Und dann die Beleuchtung. Die ist perfekt. In jeder fucking Szene ist die Beleuchtung perfekt. Ich habe schon in Gedanken Beleuchter gespielt. Da ist, da ist, da ist, da ist, da ist, natürlich ist das in jedem Film so. Aber was, was wollt ihr damit erreichen? Wollt ihr einen modernen Western machen, der realistischer ist? Not so much. Wollt ihr ein modernes Märchen machen? Mhm. Dafür ist er nicht märchenhaft genug. Wollt ihr Ansprüche in der Handlung? Auch alte Western sind blödsinnig. Brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber der, also, wir sind im Gelben-Sportler-Bereich. Ich habe es euch gesagt, gell? Dieser Banküberfall, da habe ich dann ein bisschen reingeguckt. Das Prinzip des Banküberfalls ist, man geht in eine weiße Stadt als schwarzes Pärchen, rennt in die Bank rein, stellt sich in die Schlange, macht dann diesen, ja schon fast wieder Witz, ich möchte Geld abheben. Die andere auf der anderen Seite lacht sich kaputt, weil jeder weiß, diese Bank ist nur für Weiße. Soll das jetzt die Moralanspielung sein auf Rassendiskriminierung und so weiter? Ganz toll. Und dann fummelt eben Person 2 als Frau verkleidet die Waffe raus. Und jetzt kommen eine Handvoll dämliche Szenen. Also stellt euch das mal vor, Frau steht vom Schalter da hinten, wieder zufällig eine Frau, zeigt mit der Waffe auf sie, und sie wird dann auf der Seite angesprungen. Kleiner Safety-Tipp. Wenn jemand die Waffe auf jemanden richtet, ist anspringen, also anhechten, wie man so auf gut bayerisch sagen wird, nicht die allerbeste Idee. Also Waffe hochdrücken oder sowas. Oder erschießen. Temporär erschießen, auch eine gute Idee. Und dann gibt es natürlich Handgemenge, ist klar, natürlich gewinnen die zwei dann, aber das ist so fucking dämlich. Ja, ich weiß, diese ganze Szene, die ist ja im Heiki-Bereich, ja, weil es eine weiße Bank, alles ist in weiß, ja, wir haben es verstanden, leid. Aber mir schraubt es da wirklich die Fußnägel hoch. Ja, das soll wahrscheinlich einfallsreich sein, weil zwischendurch ist einmal blutig, der Film, und hier ist ein Barbar-Banküberfall, das Böse ist immer und überall, aber eben nicht so wirklich böse, weil niemand stirbt dabei. Ja, sogar der Manager, der hilft ihnen nachher, die Geldsäcke dann hoch aufs Pferd-Tiefen. Und dann gibt es irgendeine Pressluft-Sirene oder was, die da losgeht. Das ist wieder der Steampunk-Teil, der mir überhaupt nicht gefällt. What the verdammt! Und dann hat es mal gereicht. Dann hat es mal endgültig gereicht. Weil das ist kein Western. Und dann das Geblubber dazwischen. Ich bin ja immer der Meinung, man muss dem Held erst mal nachvollziehen können. Gut, das ist, wir sind ja im Sporleber, da habe ich gesagt, das ist die Standard-Story. Familie wurde umgebracht, Kind musste zugucken und will sich rächen. Ja, da kommt mir was bekannt vor, gell? Ein bisschen anders gelöst. Zum Glück hatte er keine Mundharmonika. War nicht der Junge mit der Mundharmonika, zum Glück. Nee. Also leid. Der Film geht über 2 Stunden 15, glaube ich, oder irgend so was in der Richtung. Na, na, na. Also, na. Also, da schauen wir nochmal zwischendurch den Schuh des Monitor an. Das ist das in Lustig. Und Django Unchained, das ist das in Tarantino. Und dann zweichlorreiche Halunken, das ist das Ganze in Gut. Aber, ach übrigens, voller Pro-Insider-Tipp, zweichlorreiche Halunken, in dieser Extended-Version und so weiter, schaut sie euch entweder auf Englisch an oder versucht diesen Extended-Teil rauszukriegen. Ich weiß nicht, wie der auf den momentanen Streamingsten ist, weil es gibt in der Extended-Variante auf der deutschen Tonspur halten Umschalter, weil sie das 10 reingemacht haben, die leider in der Ursprungsversion rausgeschnitten wurden. Und da wechselt die Stimme mitten in der Szene, weil natürlich der Synchronsprecher nicht mehr am Leben war. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ich sehe es so, es geht gar nicht. Also dann lieber auf Englisch durchgängig oder eben die Szene rauslassen. Das ist so, also wechselnde Stimmen mittendrin geht überhaupt nicht. Gut, das war's. Wenn ihr weitere Playmobil-Western habt, die ich sehen will, soll, behaltet sie für euch. Das ist so der typische Western. Vielleicht ist das auch ein Sinnbild der heutigen Zeit. Den kann man eben hergucken. Bei dem Gelaber, da kann man mit der Lötetmobil, die macht ein bisschen mit der Glödsackpumpe, dann im Takt von den Schießereien. Da guckt man wieder ein bisschen. Ah, sie kloppen sich. Okay, da ist nichts passiert. Ah, passt schon. Da wird einer gefoltert. Ah, passt schon. Ah, ist das Ende. Alles gut gegangen, oder? Servus, Gott. Daumen nach oben und fertig. Was? Hör mal auf. Hör mal auf. Ihr habt noch andere Sachen zu erzählen. Also, bis zum nächsten Film. Servus.